Was ist denn jetzt? Halt die Klappe! Bitte? Du sollst die Klappe halten! Du sagst mir nie mehr, was ich zu tun habe. Was ist das? Es ist genau das, was die wollen. Was redest du da? Oh, wenn wir die Sache nicht gemeinsam zu Ende bringen, haben wir keine Chance. Es ist nicht meine Schuld, dass es vorher schiefgegangen ist. Deshalb darf jetzt nichts mehr daneben gehen, klar? Ich weiß nicht, ob ich dir noch vertragen kann. Ich glaube nicht, dass du eine Wahl hast. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020